Hier ist die Linie, wo man direkt vorher war, der war echt sauer. Das hier ist unsere Linie, wo man direkt vorher war, der ganz schön, ganz vorsichtig ist. Ich glaube, dass es in den Farben, die eigentlich sind, ist eines der farbigsten Bilder, das es überhaupt gibt. Das ist quasi ganz viele, große Barocke-Mädchen, wo man sagen würde, dass man eine Farbe verwendet hat. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene Rottüten. Also, möchte, dass jedes Kind sich jetzt konzentriert und überlegt, welches will ich gehen, hast du mein Instrument, will ich gerne Linie, will ich hier ein Fleck, will ich zum Verlauf. Okay, gut, dann fangen wir an. Jetzt geht es wirklich, wir machen keine zwei Runden, wir machen jedes Kind einmal durch und dann muss es gehen. Also, fangen wir an. Okay. Okay. Du merkst, wir merken jetzt alles, was wir sagen. Du? Ich bin klar, wir würden es machen. Wieso? Okay. Machen wir mit das. Kräftiger Kultus. Ja. Wieso? Okay. Okay. Ihr müsst euch merken, ist das, was ihr spielt, eigentlich nicht überall, dass ihr seid jetzt sozusagen so eine Art Hintergrund. Oder seid ihr was, wo es rum an einer richtigen Stelle da ist, na? Ja, Leute, mehr Einsätze. Ich bin leer mit dem, was ich bestrecken. Ja. Ja. Das heißt, du hast mit dem Tag, der Rest, 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 der Rest. Du hast auch eine klare Stellung, die läuft mir heim. Du? Bitte? Okay, dann denk nach. Kommst du nächstes Mal mit dem Schluss, was du hattest? Ja. Was machen wir? Müsste eher, glaube ich, auch, wenn ich was wollte, geht es noch ein. Ja. Ja? Ja? Für sich auch, passt gut, weil es so ein Blasen da ist. Die dünne Spriche, das heißt, du wärst eigentlich auch die ganze Zeit ein, das heißt, du wärst ja. Du bist blau. Okay. Also immer, wenn du blau aufpasst, spielst du mit den Delegierten. Okay. Bei dem Deutsch. Weil, die sind weiß. Ja. Wir sagen weiß, das heißt, du sagst, du sagst, du gehst aus dem Durchgehens Evolution. Ja. Ja. Das ist's. zu sprechen. Sehr. Sehr. Ja, das ist der Sportaufstand. Dann Herr Müller, das ist oder der Schussunterfeld, das hier ist dann. Das ist der Laufsache, ja. Okay, dann wäre es das hier. Okay. Das ist blau. Genau. Hier. Hier. Sollte ich mir auch ein, das hat mir nicht so was, dass es passiert. Ja. So. Ich hab hier auch ein paar Sachen. Ich hab was ein bisschen. Ja. Hier. Hier. Ja. Ich hab's nur mal das nächste. Na. Ich hab's noch gut gesagt. Okay. Hier ist das, äh äh, neue Leute. Ich will jetzt schon mal jetzt. Okay. Willst du wieder? Ja. Wer fehlt noch? Hab jetzt ja einer, eine, eine zu haben. Nein, du hast noch, äh. Nein, das ist auch so. Vielen Dank. Vielen Dank. Erinnern Sie sich? Geben mal kurz die Hand. Das ist das Weiß, das sind die Stiche, das sind die drei, die Punkte und zwei. Dann gibt es Kinder, die haben ein bestimmtes Bild, den Hähnen. Die haben jetzt auch mal einen bestimmten Fleck oder einen bestimmten Bild. Das heißt, sehr gut aufgepasst, ein bisschen die Mischung. Du bist zwar mehr als gerade, aber nur an bestimmten Stellen. Also wir haben jetzt, also es ist nicht ein Intelligent, aber jetzt folgendes. Ich teile das Bild in vier Teile. Zwei, drei, vier mal. Also wir oben, links, oben, rechts, oben. Links, unten, rechts. Das heißt, die, die ein bestimmtes Phänomen haben, spielen dann, wenn ich unsere Stelle zeige. Die, die immer dran sind, zum Beispiel die Weißsamen, spielen durch. Das heißt, wir haben jetzt, anders als bei den anderen, einmal so einen durchgehenden Klangteppich, nennt man das, was immer zu hören ist. Das heißt, wir haben jetzt die Kopfer der Dirigenten, die Zeit. Und wir haben diese Stelle, weil ich immer blau ist, in der Stelle wieder. Okay, ich fasse an, wenn man nach oben ist, steht der Klangteppich. Wenn ich zeige, fehlt hier eure Phänomenen. darin weiß, was ist. Ganz klar, jetzt mal bist du unzitat. Das ist ein bisschen hier, wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020